Guten Abend, herzlich willkommen. Sie erinnern sich vielleicht, letztes Jahr hatten wir den Sonnenofen mal thematisiert mit Frau Ursula Pfanz, aber ich habe heute gelernt, wie groß dieses Institut ist, diese Forschungsanlage des Instituts für Plasmaphysik, dass man eigentlich mit einer Person die Arbeit einer Institution nicht lichten oder wiedergeben kann. Und das, was wir letztes Jahr mit einem Reaktor, der im Süden Frankreich steht, manchen bekannt als ITER, im Stillen Arbeiten mit einer Dimension, die eigentlich in Europa verloren gegangen ist, auch in Deutschland, dass man so etwas wie eine Seitenstraße hat in einer Forschungsrichtung, also etwas, was man für 40, 50, 60 Jahre plant, das ist es nämlich wahrscheinlich, was uns bevorsteht, wenn wir den Erfolg haben wollen, die Sonne nachzuahmen. Das ist es ja letztendlich. Wir wollen das, was die Sonne dauernd macht, genial macht, wiedergeben. Und unsere große Problematik mit der Energie lösen. Eigentlich eine sehr idealistische Vorstellung, schon in der Antike in den Mythen beschrieben. Aber das hat natürlich fachwissenschaftliche Niederschlag jetzt. Und wir haben heute Prof. Hartmut Zung, vielleicht kennen Sie ihn im Internet, ganz präsent als Erklärer dieser Prozesse, für diejenigen, wir haben immer auch versucht, seit Anfang an, als wir mit diesen Energiefragen uns auseinandersetzen, diese zwei Wege, Magnetfusion oder Laserfusion, zu verfolgen. In Garching macht man Magnetfusion vor allem. Hier in der Nähe, in Darmstadt, macht man Laserfusion. Das sind in leisem Wettbewerb stehende verschiedene Wege. Und heute haben wir den Verantwortlichen für eine Riesengruppe, ich habe gerade gehört, 850 Wissenschaftler, die Herrn Prof. Sohn zuarbeiten. Aber er wird uns das alles erklären und da er also ein quasi Heidelberger ist, wird er sozusagen den Zungenschlag sogar von uns bekommen, damit keiner zurückbleibt im Verständnis dessen, was wir heute als Sternenfeuer thematisiert haben. Herzlich willkommen, Herr Hartmut Zung. Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin quasi Freiburger, quasi Karlsruher und quasi Heidelberger, weil ich in Freiburg geboren bin, in Karlsruhe aufgewachsen und studiert habe und in Heidelberg promoviert. Seitdem bin ich quasi Bayer und halte mich die meiste Zeit in der Nähe von München in Garching auf, wo es das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gibt. Und ich will Ihnen heute was erzählen über Kernfusionen. Ich werde ganz weit ausholen. Ich nehme zwar an, dass Sie alle Spezialisten in Kernphysik sind, aber ich habe beschlossen, Sie ein bisschen zu langweilen und erst mal was über Kernphysik zu erzählen, Dinge, die Sie vielleicht alle schon mal gehört haben, aber vielleicht nicht mehr ganz präsent haben. Dann geht es darum, was ist der heutige Stand. Da rede ich über die Anlagen, die wir in Deutschland eben durch das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betreiben, in Garching bei München, aber auch in Greifswald an der Ostsee. Auch was in letzter Zeit passiert ist in Amerika, haben Sie vielleicht mitgekriegt, da hat die Laser- oder Inertialfusion einen großen Erfolg gefeiert. Wir haben ein großes Gemeinschaftsexperiment in England. Ironischerweise Joint European Taurus, also ein europäisches Gemeinschaftsexperiment, das in England betrieben wird. Bis vor drei Jahren, vier Jahren war es, da gab es keine Ironie dahinter. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir mit europäischen Mitteln und einer europäischen Truppe das Experiment in England betreiben. Es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das Experiment neigt sich dem Ende, hat aber auch schöne Erfolge erzielt, will ich Ihnen auch sagen. Und dann geht es um die Zukunft, dann geht es um ITER, aber auch um die Dynamik, die das Feld der Kernfusion in letzter Zeit erfahren hat. Ich weiß nicht, ob Sie das ein paar Mal gesehen haben in der Presse. Also es gibt in Deutschland mehr Geld zur Förderung der Kernfusionsforschung, was uns alle sehr freut. Und es kommt daher, dass es fast so einen Hype gibt, der aus Amerika zu uns rüberschwappt, dass jetzt auch private Investoren in Kernfusion investieren, weil die allgemeine Meinung ist, es ist reif, diesen Schritt zu tun und jetzt von der reinen Forschung zur Richtung Kommerzialisierung zu gehen. Das wird trotzdem nicht in den nächsten zehn Jahren passieren, aber vielleicht ist man in den nächsten 20 Jahren so weit, dass man tatsächlich Nettoenergie gewinnen kann. Lassen Sie mich also beginnen mit den Kernfusionsreaktionen, ein bisschen Atom- und Kernphysik. Hier sehen Sie ein Wikipedia-Bild eines Atoms, ein bisschen vereinfacht, aber es gibt im Zentrum den Atomkern. Der Atomkern ist positiv geladen, der besteht aus den Kernbausteinen, Protonen und Neutronen. Die Protonen sind positiv geladen, die Neutronen, wie der Name sagt, neutral. Und außenrum schwirren Elektronen. Das sind die auf diesen gelben Bahnen. Die bewegen sich auch nicht ganz genau auf diesen Bahnen, aber in Nullterordnen kann man sich das so vorstellen. Es gibt einen ganz kleinen Kern im Zentrum und außen gibt es eine Hülle von den Elektronen. Und die Zeichnung ist nicht nur mit den Bahnen so ein bisschen vereinfacht, sondern auch von der Größenordnung völlig irreführend. Ich habe da die Zahlen draufgeschrieben. Also ich werde in dem Vortrag öfters 10 hoch minus und 10 hoch plus 15 sagen. Wenn ich das sage, mit 10 hoch plus irgendwas meine ich immer eine 1 mit so vielen Nullen hinten dran. Und hier 10 hoch minus 15 Meter, das ist der Durchmesser des Kerns, ist 0,000000 und dann sind es insgesamt 15 Nuller und dann kommt die 1 hinten dran. Also unvorstellbar klein. Und der Kern ist eben 10 hoch minus 15 Meter von der Ausdehnung und die Elektronenhülle außenrum 10 hoch minus 10 Meter. Und da sehen Sie den Zwischenfaktor 10 hoch 5, also 100.000. Und um den Faktor unterscheiden sich die Größen davon. Also wenn man es tatsächlich versuchen würde, maßstäblich hinzumalen, wird man den Kern gar nicht sehen, wenn die Elektronen außenrum sich so bewegen. Die Elektronen sind wichtig, weil Atome Bindungen, chemische Bindungen, zum Beispiel Moleküle, auch unsere festen Stoffe über chemische Bindungen bilden. Und da ist die typische Größenordnung der Bindungsenergie ein sogenanntes Elektronenvolt. Das ist, wenn ich das in Zahlen ausdrücken muss, wäre jetzt 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joule, das sagt Ihnen überhaupt nichts, also 0,00 bis darüber und dann sozusagen die 1. Diese Einheit ist sehr praktisch, weil man sich einfach vorstellen kann, wenn ich eine Spannung von 1 Volt anlege und das Teilchen da durchlaufen lasse, dann hat es hinterher die Energie 1 Elektronenvolt. Und wichtig ist eigentlich auch nur die Größenordnung davon. Das ist nämlich die Größenordnung der Energie, die frei wird bei einer chemischen Bindung. Also sprich, wenn ich was verbrenne, zum Beispiel bei einem chemischen Prozess, dann ist pro Reaktion die Energie, die frei wird von der Größenordnung eines Elektronenvolts. So, und jetzt gucken wir in den Kern rein, also dieses Objekt hier in der Mitte. Der Kern, habe ich schon gesagt, besteht aus Neutronen und Protonen. Die Protonen, das sind die positiv geladenen Teilchen, bestimmen die chemischen Eigenschaften des Elements. Also zum Beispiel Wasserstoff, der einfachste Atomkern, das einfachste Atom, das A in H2O, hat ein Proton. Und es gibt verschiedene Formen des Wasserstoffs, sogenannte Isotope, die sind chemische alle gleich, haben aber gar keinen Neutronen. Das ist links der ganz normale Wasserstoff, dann in der Mitte der sogenannte schwere Wasserstoff, Deuterium, da gibt es ein Neutron dabei. Und dann gibt es Tritium und das Tritium hat zwei Neutronen dabei. Und dann ist das überschwerer, der überschwerer Wasserstoff. Und die drei würden Sie jetzt chemisch nicht unterscheiden können. Die binden genau, es gibt auch D2O, so wie es H2O gibt. Die sind aber von ihren Kerneigenschaften, wenn man über Kernphysik redet, sehr unterschiedlich. Das sieht man dem Jahr an, sozusagen, weil es unterschiedlich viele Teilchen sind. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Wasserstoff, also das einfache Proton, macht den Löwenanteil, alles Wasserstoff aus, der in der Natur vorkommt, 99,99%. Der Rest wird vom Deuterium gemacht. Das ist dann 0,01%, ist ganz wenig. Aber, weil es so viel Wasserstoff gibt, ist es in der Menge doch ganz schön viel. Und das Tritium ist radioaktiv. Das gibt es gar nicht stabil. Das zerfällt mit einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren. Deshalb gibt es das auf der Erde gar nicht natürlich. Das muss man herstellen, indem man zum Beispiel Kernreaktionen auslöst. Dann wird es dabei frei. Ich sage das, weil die Sonne verbrennt Wasserstoff zu Helium, eben dieses sehr häufige H-Spielart-Isotop. Ich werde Ihnen zeigen, dass das auf der Erde nicht so gut funktioniert. Deshalb nehmen wir in unseren Experimenten Deuterium und Tritium und versuchen, die zum Verbrennen, zum Fusionieren zu bringen. Gut, jetzt, was hält so ein Kern zusammen? Also, beim Atom sind es die elektrischen Wechselwirkungen. Der Kern ist positiv geladen, das Elektron negativ. Das zieht sich an und dann gibt es diese Kreisbewegungen außenrum. Der Kern, da ist es ein bisschen anders. Da gibt es die sogenannte starke Wechselwirkung. Und die wirkt nur zwischen den nächsten Nachbarn. Die ist ganz kurz reichweitig. Das heißt, wenn Sie die Bausteine Proton und Eutron nebeneinander setzen, die kommen sich sehr nahe, dann merken die diese starke Kernkraft. Wenn Sie die weit voneinander entfernen, dann merkt man praktisch nicht, dass die miteinander wechselwirken. Jetzt komme ich von dem Max-Planck-Institut. Und Sie wissen, Max-Planck-Institute haben die beste wissenschaftliche Ausstattung, die tollsten Geräte. Und deshalb sehen Sie hier ein Experiment, das ich gemacht habe, um Ihnen das zu verdeutlichen. Das ist nämlich meine Schreibtischunterlage und eine Spritze. Und Sie sehen jetzt gleich, ich setze daneben ein Tröpfchen, ein Wassertröpfchen. Wasser hat tatsächlich die gleichen Eigenschaften. Wasser ist von der Walzkräfte, die sind auch ganz kurz reichweitig. Wenn Sie Wassertröpfchen, das kennen Sie alle aus der Anschauung, sehr nah aneinander bringen, ich kann es gleich nochmal zeigen, wenn Sie Wassertröpfchen sehr nah aneinander bringen, dann verschmelzen die miteinander. Das liegt einfach dran, weil das eine Kraft ist mit den nächsten Nachbarn. Wenn an der Oberfläche gibt es keinen nächsten Nachbarn, das ist energetisch nicht stabil. Deshalb versuchen die immer eine Kugel, möglichst rund zu werden. Und Sie wissen auch, wenn Sie jetzt das nächste Tröpfchen, hier hinsetzen würden, also ein ganzes Stück davon weg, passiert gar nichts. Und so ähnlich ist es mit den Kernbausteinen auch. Wenn Sie die nahe genug bringen, verschmelzen die, machen eine größere Kugel. Wenn die weiter voneinander entfernt senden, würden die gar nichts voneinander merken von der Kraft. Und jetzt ganz wichtig, bei so einer Bindung von Kernbausteinen ist die typische Bindungsenergie ein Megaelektronenvolt, also eine Million Elektronenvolt. Das heißt, eine Million Mal mehr Energie pro Reaktion als bei der chemischen Verbrennung. Im Umkehrschluss heißt das, um die gleiche Energie zu erzeugen, wie ich das zum Beispiel mit einer Million Kilogramm Kohle tun würde, muss ich nur ein Kilogramm Wasserstoff verschmelzen. Und das ist sozusagen die Kraft, die hinter der Kernenergie steckt, die dafür sorgt, dass man so ganz geringen Brennstoffeinsatz hat und damit sehr weit kommt. Gut, jetzt gibt es Kernreaktionen. Sie wissen alle Kernspaltungen, sozusagen, wo ist der Unterschied zwischen Fusion und Spaltung? Das ist jetzt hier ein Diagramm, da ist die Zahl der Kernbausteine. Hier sind unsere Wasserstoffisotope, normaler Wasserstoff, Deuterium, Tritium. Und Sie sehen, die Bindungsenergie pro Kernbaustein nimmt immer weiter zu, weil natürlich je größer ich die Kugel mache, umso weniger Verhältnis von Oberfläche zu Volumen habe ich, umso stabiler wird das Ganze. Man wird eigentlich erwarten, dass die Bindungsenergie einfach ansteigt. Allerdings sind da Protonen drin, die Protonen sind positiv geladen, die stoßen sich elektrisch ab und das heißt, es gibt ein Maximum und hier, wenn Sie sehr viele Teilchen zusammentun im Kern, dann geht die Bindungsenergie wieder runter. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn das stabilste Element hier irgendwo in der Mitte ist, ich kann Energie gewinnen, entweder indem ich ganz leichte Kerne miteinander verschmelze, Kernfusion, oder indem ich schwere Kerne spalte, da muss ich Neutronen draufschließen, um die anzuregen dafür, dass die spalten und bei beiden wird energiefrei. Und hier haben Sie den Spaltungsreaktor sozusagen, was als hinläufig Atom- oder Kernkraftwerk bekannt ist. Und hier ist die Kernfusion, das ist auch ein Kernprozess, der hat auch diesen Vorteil, dass sehr viel Energie pro Masseneinsatz rauskommt, ist aber von der Natur her was völlig anderes. So, wie bringt man jetzt Kerne zum Fusionieren? Ich habe schon gesagt, man muss die ganz nah aneinander bringen. Warum fusionieren wir nicht, wenn wir uns umarmen? Da kommen wir uns auch ganz nah. Sie müssen so nah kommen, auf diese 10 hoch minus 15 Metern, dass sich die Kerne berühren quasi. Und dagegen spricht die elektrische Abstoßung, wenn Sie denn, hier ist der Abstand aufgetragen, das ist ein sogenanntes Potenzial, also das ist der Berg, den so ein Teilchen gegen die elektrische Abstoßung anlaufen muss, um an das andere näher zu kommen. Und Sie müssen es bis auf diesen Kernabstand schaffen, damit Sie dann in den Potenzialtopf reinfallen und Energie frei wird. Oder einfach gesagt, gucken Sie auf die rechte Seite, es sind zwei geladene Teilchen, die schieße ich aufeinander. Und wenn ich denen nicht genug Energie gebe, dann bremsen die sich ab durch die elektrische Abstoßung und laufen wieder aufeinander weg. Und nur wenn ich ihnen genug Energie gebe, wenn ich ihnen genug Energie gebe, dass sie sich berühren, in Anführungszeichen, können sie sich umwandeln. Jetzt hat eine Kernreaktion stattgefunden, da ist Deuterium und Tritium verschmolzen zu Helium und einem Neutron und dabei energiefrei geworden. Und das heißt, Kerne und Kerne zu fusionieren, zu bringen, muss man ihnen so viel Energie geben, dass sie sich berühren können gegen die Abstoßung. Und da ist die typische Energie einige 10 KeV. Und das ist KeV, sehen Sie schon, das sind Tausende, Zehntausende Elektronen, weil das Zehntausendmal mehr Energie als frei wird bei einer Verbrennung zum Beispiel. Und das heißt, wenn ich jetzt einfach sozusagen Feuer anmache und versuche, da Kerne sozusagen so heiß zu machen, so zu beschleunigen, dass die miteinander fusionieren, da passiert gar nichts. Ich muss deutlich mehr Energie aufbringen. So, jetzt noch ein kompliziertes Diagramm, und dann wird es deutlich einfacher. Ich muss noch drüber reden, welche Kernfusionsreaktion ist denn eigentlich am wahrscheinlichsten? Welchen Kernbrennstoff nimmt man am besten? Erstmal, das müssen alles leichte Kerne sein, weil die ja miteinander verschmelzen sollen. Sie sehen auch hier Deuterium, Tritium, Deuterium, Helium, nochmal Deuterium, Proton, Bohr, das sind alles leichte Kerne. Was hier aufgetragen ist, hier unten ist die Energie aufgetragen, also nach rechts muss ich immer mehr Energie aufwenden, um so eine Fusionsreaktion zu machen. Und das ist der sogenannte Wirkungsquerschnitt. Der Wirkungsquerschnitt ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Reaktion stattfindet. Stellen Sie sich eine kleine Scheibe vor, die Sie an das Teilchen anbringen, das ist der Wirkungsquerschnitt. Je größer der Wirkungsquerschnitt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein anderes Teilchen kommt, dass es das trifft. Und das sieht man eben, was ich vorhin gesagt habe, Deuterium und Tritium hat bei weitem den höchsten, also die Wasserstoffisotope, Deuterium und Tritium, bei weitem den höchsten Wirkungsquerschnitt und das auch noch bei der niedrigsten Energie. Deshalb versuchen wir, Deuterium und Tritium zu fusionieren im Labor. Und wenn Sie sich fragen, wo ist die Reaktion, die die Sonne macht, die Sonne verbrennt den normalen Wasserstoff, die sehen Sie gar nicht auf diesem Bildchen, weil die Skala nicht ausreicht. Die hat eine viel, viel geringere Wahrscheinlichkeit. Also rechts habe ich jetzt die blaue Kurve. Ungeschickt meinerseits sehe ich gerade die blaue Kurve, also rote Kurve hier oben eingezeichnet. Das ist also mein Deuterium und Tritium. Und hier unten ist es vergleichbar für den Wasserstoff, für die Wasserstoffreaktion in der Sonne. Und wenn Sie auf die Skala gucken, die können Sie wahrscheinlich gar nicht lesen von hinten. Das sind 10 hoch 24, ein Faktor 10 hoch 24, das wir schon in einer 1 mit 24 Nullen dran, um so viel weniger, ist es wahrscheinlich, dass Protonen miteinander verschmelzen. Und das ist der Grund dafür, dass die Sonne ganz langsam und gemütlich vor sich hin brennt, seit viereinhalb Milliarden Jahren und das wahrscheinlich noch mal genauso lang macht. Das ist der Grund dafür, dass wir es im Labor nicht verwenden können, weil wir an diese Dimension nicht rankommen. Also, fast zusammen, eigentlich ist es ganz einfach, so einen Kernfusionsreaktor zu bauen. Wir müssen ein Gas von Wasserstoffisotopen nehmen, Deuterium und Tritium. Wir müssen das so aufheizen, dass die Temperatur dieser Energie von 20 kV entspricht und wir müssen uns einschließen, dass es lang genug zusammenbleibt. So, wenn man jetzt guckt, 20 kV sind 200 Millionen Grad Celsius. Die Sonne übrigens hat 15 Millionen Grad Celsius im Zentrum. Das heißt, wir bauen Anlagen, in denen wir ein Wasserstoffgas einsperren und das erhitzen auf 200 Millionen Grad Celsius. Und in der Tat ist das sozusagen nicht das Schwierigste an der ganzen Geschichte, wie Sie nachher sehen werden. Also, ich zeige Ihnen nachher Bilder, wo wir in Garching in unserem Ofen 200 und 300 Millionen Grad Celsius erreichen. Kein Thema. Gibt natürlich einen Trick, wie man das macht. In dem Zustand, bei diesen Temperaturen, ist das Gas kein neutrales Gas mehr, sondern ein sogenanntes Plasma. Sie kennen kalt, hier am Beispiel von Wasser, Fest, Eis, Festkörper. Wenn Sie das erhitzen, dann schmilzt Wasser draus, also das flüssige Wasser. Wenn Sie es weiter erhitzen, wird Dampf drauf. Wenn Sie es noch weiter erhitzen, wird daraus ein sogenanntes Plasma. Wenn die thermische Energie so hoch ist, also die Bewegungsenergie, die ungerichtete aufgrund der Temperatur, dass die Teilchen gar nicht mehr die Seinelektronenvolt chemische Bindungsenergie spüren, dann sind die Elektronen und die Kerne völlig frei und bewegen sich einfach frei im Raum. Und das Plasma ist ein Gas aus geladenen Teilchen, wo die Elektronen und die Ionen, in unserem Fall Protonen oder Deuteronen oder Tritonen, sich frei bewegen können. Das heißt, wir haben es mit geladenen Teilchen, frei beweglichen Teilchen zu tun. Der Plasmazustand ist, weil man hohe Energie aufbringen muss, höher als die Bindungsenergie auf der Erde, nicht so bekannt oder sozusagen gegenwärtig in dem Blitz des Leuchten. Hier gibt es eine Plasmaentladung. Wahrscheinlich muss ich die irgendwann mal austauschen in diesen äußerst modernen Neonröhren. Es gibt auch eine Plasmaentladung drin, die dafür sorgt, dass das Ganze leuchtet. Im Universum ist das anders. Im Universum sind über 90 Prozent der sichtbaren Materie im Plasmazustand. Also die ganzen Sterne verbrennen letztlich Wasserstoff zu Helium und höhere Elemente und sind deshalb im Plasmazustand. Gut, jetzt habe ich immer von der Sonne geredet. Jetzt fragen wir uns, wie macht die Sonne diesen Einschluss? Die Sonne macht also diesen Ofen, sozusagen wie bei euch den Ofen. Der Ofen, die Wand sozusagen, es gibt keine materielle Wand. Die Sonne macht es durch Gravitation. Die Sonne ist eine sehr große Gaskugel. Die Gravitation, also Schwerkraft sozusagen, die innere Kern zieht die äußeren Teile an. Und diese Anziehungskraft, die wird bilanziert von dem Expansionsdruck von dem heißen Gas. Ich habe schon gesagt, im Zentrum sind es 15 Millionen Grad. Das ist hier auch aufgezeichnet. Die Temperatur wird in Millionen Grad, Kelvin oder Celsius, egal in der Größenordnung, gemessen. Und hier sind die 15. Und dann fällt die Temperatur durch Wärmeleitung und Verluste nach außen ab. Und am Sonnenrand erreicht sie die 5600 Grad, die wir kennen. Der Radius ist 700.000 Kilometer, 96.000, glaube ich, bei der Sonne. Das heißt sozusagen, die Länge, auf der der Temperaturgradient, die 15 Millionen Grad, gegen die nur noch 5000 Grad, aufrechterhalten werden müssen, die ist 700.000 Kilometer. Und das sieht man schon, das können wir auch bei uns in der Erde im Labor nicht machen. Wir wollen ja eine Anlage bauen, die vielleicht einen Meter groß ist oder so. Und das heißt, wir wollen Temperaturgradienten haben, noch heißer als im Sonnenzentrum. Und dann aber Raumtemperatur am Rand. Das geht nicht durch Gravitation. Also wir können nicht so viel Masse zusammenbringen. Aber da hilft uns, dass die Plasmateilchen elektrisch geladen sind. Denn wenn Sie ein Magnetfeld anlegen und elektrisch geladene Teilchen haben, dann bewegen die sich in so einer Schraubenbewegung. Und wenn Sie sich vorstellen, hier sind so diese Striche, das sind die Magnetfeldlinien. Jetzt habe ich leider gerade keine darstellen. Stellen Sie sich vor, die Magnetfeldlinie ist hier so im Raum. Dann können sich die Teilchen längs des Magnetfelds ganz einfach bewegen. Aber senkrecht dazu werden sie durch die sogenannte Lorenzkraft in diese Schraubenbewegung gezwungen. Und das heißt, Sie können sich so vorstellen, wenn Sie einen Raum mit Magnetfeld erfüllen und Plasma reintun, dann laufen die Plasmateilchen längs des Magnetfelds und senkrecht dazu können Sie kaum sozusagen ausbüchseln aus der Anordnung. Natürlich ist es nicht so schlau, so ein lineares Magnetfeld zu nehmen und dann am Ende einfach irgendwelche Wände hinzutun, weil dann laufen die heißen Teilchen einfach längs des Magnetfelds blitzschnell und kommen auf die Wand. Also biegt man die Magnetfeldlinien, dass sie in sich zum Kreis geschlossen sind. Und das macht man in einer sogenannten toroidalen Geometrie. Und wenn man genauer hinguckt, muss man die Magnetfeldlinien auch noch verdrillen dabei. Und dann kriegen wir so ein Torus mit Flächen und die Flächen werden von Magnetfeldlinien aufgespannt. Und Sie können sich vorstellen, dass die Teilchen sich ganz schnell und ungehindert auf so einer Fläche bewegen, aber senkrecht dazu eben durchs Magnetfeld behindert werden. Und das heißt, Sie können sehr wirkungsvoll diesen Transport, Wärme- und Teilchentransport, vom Zentrum des Torus, wo es sehr heiß ist, nach außen unterdrücken. Und da sehen Sie jetzt ein Experiment. Also links sehen Sie die Sonne nochmal. Das Bild hatte ich schon gezeigt. 15 Millionen Grad, über 700.000 Kilometer. Das ist die Sonne. Das ist Garching bei München, unser Experiment. Da hat es 150 Millionen Grad im Zentrum. Und da draußen ist irgendwo die Wand mit Raumtemperatur. Und das Ganze ist einen halben Meter groß. Das heißt, durch das Anlegen des Magnetfelds unterdrücken wir die Wärmeverluste so stark, dass wir diesen Gradienten, eigentlich unvorstellbar, finde ich, den Gradienten sozusagen bis auf 150 Millionen Grad auf einem halben Meter im Zaum halten. Und jetzt kommt eine Geschichte und das ist der Trick, der dahinter steckt bei uns. Sie wissen alle, wenn Sie den Gas heiß machen, dann wird das anfangen zu expandieren und Druck aufbauen. Und wenn Sie denken, dass Sie jetzt die Luft oder das Wasserstoffgas in dem Experiment um eine Million Mal heißer machen, dann müsste der Druck auch um eine Million ansteigen. und eine Million Bar hält kein Magnetfeld zusammen. Und der Trick ist, ja, in der Tat ist es so heiß bei uns, aber die Dichte, das heißt, die Anzahl der Teilchen in einem bestimmten Volumen ist gleichzeitig sehr, sehr gering, nämlich eine Million Mal kleiner. Das heißt, wir nehmen ganz stark verdünntes Gas, das würde man in einer anderen Anlage als gutes Vakuum bezeichnen, und erhitzen das so stark, dass es die 150 Millionen Grad hat. Und weil der Druck das Produkt aus Dichte und Temperatur ist, wenn Sie es miteinander mal nehmen, eins durch eine Million mal eine Million gibt eins, ist der Druck von der Größenordnung eine Abbahn. Das ist der Trick beim magnetischen Einschluss. Gut, jetzt haben wir vorhin schon gehört, Inertialfusion, Trägheitseinschluss, das ist, was in Darmstadt zum Beispiel, also wissenschaftlich an Darmstadt, in Darmstadt geforscht wird. Die größte Anlage dieser Art steht in Amerika, da rede ich nachher noch ein bisschen drüber. Die sagen was anderes, die nehmen weder die Gravitation noch ein Magnetfeld, die sagen, lass uns ein kleines Kügelchen mit dem Brennstoff Deuterium nehmen und das schlagartig aufheizen, dass es so heiß wird, dass es anfängt zu brennen, also Kernfusionsreaktionen einsetzen, die sich aufrecht erhalten und sozusagen gezündet werden. Dann muss das Ganze so schnell passieren, dass die Zweckheit der Teilchen, also die kurze Zeit, dass die Teilchen auseinanderfliegen, wenn sie so heiß werden und Druck aufbauen, reicht, um alles abzubrennen. Was ich da in schönen Worten beschrieben habe, ist nichts anderes als eine Explosion. Also sie zünden es an, es explodiert, detoniert und fliegt auseinander, aber sie machen eine Kernexplosion auf einer sehr kleinen Skala, sodass das beherrschbar ist. Also sie nehmen einen Behälter, in dem sie diesen Druck aufrechterhalten können. Die Leute sagen, was von der Größenordnung eine Handgranate sozusagen, da kann man sich, kein schönes Beispiel, aber kann man sich vorstellen, dass man einen Behälter bauen kann, wo man die detonieren kann, da drin und im Mittel Energiegewinn und die Energie zuführen tut man mit dem Laser, deshalb heißt das Ganze öfters auch Laserfusion und man bestrahlt so ein Kügelchen von außen, das ist vielleicht einen Millimeter groß. Wenn man es bestrahlt, wird die Oberfläche heiß, die Oberfläche dampft ab, stößt durch den Rückstoß, komprimiert sie das Pellet, das Pellet wird stark komprimiert und dabei aufgeheizt, das ist das Kügelchen aus Deuterium-Tritium-Gemisch und dann verbrennt es, wenn die Fusionsbedingungen im Zentrum erreicht worden sind. Und die Kompression ist erstaunlich, also von einem Millimeter Ausgangsgröße, das ist ein ganz kleines Ding, weil ja so viel Energie frei wird dabei, kann man kein großes Pellet verbrennen, geht es runter auf 0,1 Millimeter, das heißt ein Faktor 10, das heißt sie nehmen einen Fußball massiv sozusagen mit der Dichte und komprimieren den auf dem Tischtennisball oder noch kleiner, das ist gar nicht so einfach, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber und dann ist die Dichte extrem hoch, das heißt die Trägheitsfusion hat tatsächlich eine Dichte wie im Sonneninneren, kann auch den Druck gar nicht aufhalten, sondern es explodiert und fliegt auseinander, aber verbrennt auf dieser Zeitskala. Gut, allen diesen Reaktionen ist gemeinsam, wenn man damit Energie gewinnen will, muss man sich überlegen, ich stecke Energie rein, hier stecke ich Laserenergie rein in unseren Magnet-Experimenten, stecke ich Heizenergie rein, um das Plasma aufzuheizen, ich will Nettoenergie gewinnen, das heißt meine Energiebilanz muss so aussehen, dass die Fusionsenergie, die rauskommt, größer ist als die externe Energie, die ich rein tue. Dieses Verhältnis bezeichnen wir als Groß Q, das ist die Leistungsverstärkung, das ist die Fusionsleistung, geteilt durch die externe Leistung, die ich reinstecke. Und wenn man sich anschaut, wie der Parameter Q variiert, dann guckt man das in dem Diagramm von der Temperatur, hier sind unsere 100 Millionen Grad, bei denen es am besten geht. Hier ist das Produkt aus der Dichte, mehr Teilchen, mehr Fusion, der Temperatur, wissen wir schon, man braucht hohe Temperatur, und der sogenannten Energieeinschlusszeit, erkläre ich gleich, ist ein Maß für die Wärme, Isolation, und die Kurven hier sind zwei ausgezeichnete Kurven, eins ist sogenannter Break-Even, Q gleich eins, der bedeutet, wenn Sie auf die Definition hier gucken, ich hole genauso viel Energie raus, in Form von Wärme, Fusionswärme, wie ich reingesteckt habe. Das ist ein wissenschaftlicher Erfolg, das ist noch kein Nettoenergie lieferndes System, weil Sie natürlich Verluste bei der Umwandlung haben, Wärme wollen Sie in Strom umwandeln, und Sie wollen viel mehr rausholen, und viel mehr holen Sie raus, hier oben auf der grünen Kurve, nämlich, wenn Sie das Plasma in Bedingungen gebracht haben, dass die Fusionsenergie, die entsteht, dafür ausreicht, die Wärmeverluste zu decken. Dann haben Sie das Ganze angezündet und können die externe Heizleistung abschalten. Deshalb steht hier auch, es geht gegen unendlich, weil die externe Heizleistung wird null, und wenn Sie durch null teilen, geht die Zahl gegen unendlich, die Energie bleibt natürlich endlich dabei. Und dieses Diagramm werde ich Ihnen ein paar Mal zeigen, und zeigen, wo wir da stehen, im Augenblick, experimentell, muss noch über die Energieeinschlusszeit reden, die kann man sich relativ leicht vorstellen. Ich hatte Ihnen gesagt, wir charakterisieren das System nach der Einschlussgüte, indem wir sagen, ich möchte in hohen Wärme Gradienten aufrechterhalten, also im Zentrum soll es heiß sein, außen soll es niedrig sein. Wenn Sie sich das gesamte System angucken, können Sie auch einfach sagen, welch mal die Heizung ausschaltet, wie lange dauert es denn dann, bis das Ganze kalt geworden ist. Das ist die Energieeinschlusszeit. Da fällt dann die Energie ab und wenn sie auf einen bestimmten Wert abgefallen ist, sagt man, das war jetzt ein Maß für die Energieeinschlusszeit. Und sozusagen das einfachste Beispiel ist vielleicht, die Kaffeetasse hat 10 Minuten Energieeinschlusszeit, dann ist der Kaffee kalt. Und wenn Sie es besser machen wollen, dann nehmen Sie eine Thermoskana, die hat vielleicht 10 Stunden Energieeinschlusszeit. In der Tat sind wir in der Größenordnung einiger Sekunden. Das wird ausreichen, um an die Zündung zu kommen. Und vielleicht gleich eins. Die Sekunde ist dann die Energieeinschlusszeit. Das heißt, wenn ich die Heizung abschalten würde, fällt die Energie runter in einer Sekunde. In dieser Sekunde wird der gesamte Energieinhalt des Plasmas immer wieder ausgetauscht. Aber meine Plasmaentladung, also meine Energiegewinnung, funktioniert kontinuierlich und hat nichts mit dieser Zeit dabei zu tun. Das ist nur die Zeit, in der die Wärme immer wieder nachgefüttert und verloren wird. So, jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss dieser Einführung, die geplanten 20 Minuten ungefähr gedauert hat, wie sieht da so ein Fusionskraftwerk aus? So ungefähr so. Das ist jetzt ein magnetisches Fusionskraftwerk. Im Zentrum haben wir unser magnetisch eingeschlossenes Plasma in diesem Torus drin. Wir müssen das heizen. Wir verbrennen da drin Deuterium und Tritium zu Helium und einem Neutron und Energie. Die Primärbrennstoffe sind Deuterium. Ich habe ja gesagt, mit Deuterium ist im Meerwasser vorhanden, zwar nur zu 0,01 Prozent, aber das ist trotzdem ein Riesenvorrat. Tritium, habe ich gesagt, gibt es natürlich nicht, müssen wir uns beschaffen. Aber das Neutron, das hier rauskommt, wenn das mit dem Lithium in Berührung kommt, erbrühtet das von selbst ein Tritium da drin und noch mehr Energie. Und das heißt, das Tritium wird gar nicht von außen zugeführt. Das ist auch radioaktiv. Das will man nicht unbedingt dahin karren und auch sozusagen lagern oder so. Die Primärbrennstoffe sind Deuterium und Lithium. Und Lithium ist das Lithium, das Sie aus dem Lithium-Ionen-Akku kennen oder aus Gestein. Und diese Primärbrennstoffe werden dazu geführt und rauskommt zunächst mal Prozesswärme in Form von Neutronen und Helio. Und damit können Sie machen, was Sie immer Lust haben. Also Heizen, Elektrizität, Power to X, Wasserstoff oder irgendwelche anderen Biofuels dabei erzeugen. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Die Eigenschaften von Fusionskraftwerken, das wird eine große Anlage sein, die wird geeignet sein für Grundlast und Ausregelung, weil sie nicht vom Wetter abhängig ist. Wir sehen das als komplementär zur stochastischen Regenerativen wie Wind und Solar und nicht in Konkurrenz. Ich denke, wir brauchen eine Ergänzung dazu, sozusagen zu Wind und Solar, wenn wir auf 100 Prozent ohne Kohle, ohne CO2-Erzeugung gehen wollen. Und da gibt es im Augenblick nur Kernspaltung oder mal die Kernfusion. Die Energiequelle ist nachhaltig, Deuterium kann man aus Meerwasser gewinnen, Tritium wird aus Lithium erbrütet, Lithium kommt in der Erdkruste und im Meerwasser vor. Wenn Sie das Meerwasser rausholen würden, das wird zurzeit noch nicht gemacht, ist es nochmal 3000 Mal mehr. Und wenn Sie die ganzen Zahlen einsetzen wegen der geringen Energie, reicht es aus, um, sagen wir, ab 2050 die gesamte Primärenergie für 6000 Jahre mit dem jetzigen Verfahren oder für 20 Millionen Jahre zu decken. Also das ist auf jeden Fall nachhaltig und noch dazu sind die Rohstoffe geografisch relativ gut verteilt. Das heißt, man wird sich auch nicht schlagen müssen drum, wo man jetzt das Deuterium hier holt. Es wird günstige Umwelteigenschaften haben, es gibt keine CO2-Emission, es gibt keine unkontrollierte Kernkettenreaktion, weil der Brennstoff immer nachgeführt wird und von der Größenordnung einer Sekunde nachgeführt werden muss. Und wenn was schief geht, geht das Fusionsfeuer einfach aus, wie wir leidlich erfahren in unseren Experimenten. Es ist nämlich gar nicht so leicht, das stationär am Leben zu halten. Die Nachwärme kann die Anlage nicht zerstören, das heißt, es gibt auch keine Kernschmelze. Es gibt radioaktiven Abfall, nämlich die Strukturmaterialien, die mit den Neutronen in Berührung kommen, aber der braucht keine Endlagerung. Das ist nicht intrinsisch in dem Prozess drin und das heißt, Sie haben nicht diese langen Halbwertszeiten. Wir reden von einigen zig bis 100 Jahren, dann können Sie das Ganze für das nächste Fuß und das Körper weg. Gut. Das waren die Grundlagen. Jetzt kommen mehr Bilder und weniger Formeln. Gibt es hier schon eine Verständnisfrage? Ich würde gerne die Fragen am Ende beantworten, aber wenn jetzt jemand sagt, das habe ich jetzt gar nicht verstanden oder es vielleicht ein bisschen anders formuliert, könnten Sie jetzt, wäre Ihre Chance. Okay, super. Alles klar, jetzt brauche ich was. Also, wo stehen wir heute mit dieser Forschung? Ich rede im Wesentlichen über die Fusion mit magnetischem Anschluss, werde aber auch was über die Trägheitsfusion erzählen. Aus dem Grund erstens, weil das mein Fachgebiet ist und ich mich deutlich besser auskenne. Zweitens aber, weil an der Magnetfusion jetzt seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts geforscht wird mit dem Ziel, einen Fusionsreaktor zu bauen, der friedliche Energie, also sozusagen zur friedlichen Energienutzung Energie bereitstellt. Die Trägheitsfusion hat einen starken militärischen Aspekt und ist eigentlich in den letzten Jahren erst wieder hochgekommen, auch zur friedlichen Nutzung. Deshalb sind die einfach nicht so weit mit dem Reaktorkonzept. Gut, also wie macht man so einen Torus? Wir müssen so einen Torus erzeugen, indem sich die Magnetfeldlinien winden. Das macht man, indem man Elektromagneten außen anbringt. Das kann man machen im sogenannten Stellarator, indem man die Magnetfeldstruktur rein durch externe Spulen erzeugt. Um diese Windung der Magnetfeldlinien reinzubringen, müssen die Spulen so verdreht sein. Das sieht relativ komplex aus. Blau sind die Spulen, das Gelbe ist das Plasma. Hier vorne fehlen die Spulen übrigens nur, damit man das Plasma besser sieht. In Wirklichkeit sind da auch Spul. Ich zeige Ihnen nachher Bildchen von dieser Anlage. Die ist inzwischen fertig aufgebaut und in Betrieb. Das ist der sogenannte Stellarator Wendelstein 7X. Der wird in Greifswald an der Ostsee vom Teilinstitut, von unserem Max-Planck-Institut, betrieben. Und damit Sie von der Größenordnung so ungefähr das einschätzen können, von links nach rechts der Durchmesser sind ungefähr 10 Meter. Also das ist durchaus eine große Anlage. Die Spulen sind Supraleiten, das heißt, die sind auf minus 271, 269 Kelvin runtergekühlt, sorry, Grad Celsius runtergekühlt und innen drin ist das 100 Millionen Grad heiße Plasma. Es geht auch einfacher von der Geometrie her, das ist der sogenannte Tokamak. Da nimmt man diese roten Spulen, die Sie hier sehen, das ist im Prinzip wie so eine Magnetfeldspule, die Sie aus dem täglichen Leben kennen, vielleicht aus dem Physikunterricht, wo man ein Magnetfeld so erzeugt, indem man so einen Strom fließen lässt und die biegt man zum Tor aus. Dann sind die Magnetfeldlinien nicht verdrillt. Um das zu tun, kann man dem Plasma, das sehr gut elektrisch leitfähig ist, einen Strom aufzwingen. Das macht man mit einem Transformator, also prima Windung im Zentrum und dann fließt hier ein Plasmastrom, der auch ein Magnetfeld erzeugt und die Addition der Magnetfelder führt zu diesen Spiralenbewegungen, zunächst der Magnetfeldlinien und dann auch der Teilchen da drin. Der Strom, den wir da drin erzeugen, ist übrigens auch was relativ Erstaunliches, finde ich immer. Die Leitfähigkeit von dem Plasma, weil die Teilchen so heiß und beweglich sind, ist extrem hoch. Die Wärmeleitfähigkeit leider auch, aber auch die elektrische Wärmeleitfähigkeit. Wir treiben in Garching in unserem Experiment Astex Upgrade, was Sie hier schematisch sehen, einen Strom von einer Million Ampere. Haushaltsstrom ist irgendwie unter einer Ampere. Bei 16 Ampere fliegt Ihre Sicherung im Sicherungskasten. Also wir fahren da eine Million Ampere drin und wegen der hohen Leitfähigkeit machen wir das mit einer Spannung von einem Volt, also weniger, als Sie aus Ihren Batterien kennen, die normal nur 1,5 Volt abgeben. Kurze Schaffenspause. Gut, wie sieht so eine Anlage in Realität aus? Unsere in Garching sieht so aus, Astex Upgrade. Sie sehen in das Plasma, das ist das Gefäß, in dem das Plasma später erzeugt wird. Der Techniker muss natürlich raus, bevor wir da 100 Millionen Grad machen. Sie sehen, dass das Innere des Gefäßes mit so Kacheln, so ähnlich wie Hitzeschild am Space Shuttle, geschützt ist gegen Berührung mit den Plasmateilchen. Wenn der Mensch das Gefäß verlassen hat, dann wird da den Vakuum, ein sehr niedriger Teilchendichte, erzeugt. Und dann starten wir die Entladung und dann sieht es so aus. Und Sie sehen so ein bisschen die Elemente, die man vorher auch gesehen hat. hier ist dieser innere Hitzeschild, dahinter verbirgt sich der Transformator, mit dem wir den Strom treiben. Sieht eigentlich ein bisschen langweilig aus, finde ich, weil sozusagen man sieht das Plasma selbst gar nicht. Das liegt da dran, das Plasma ist so heiß und vollständig ionisiert, dass es gar nicht im sichtbaren Bereich strahlt. Wenn Sie Röntgenblick hätten, könnten Sie wunderschön das Plasma Innere sehen, das strahlt nämlich im Röntgenbereich. Was Sie sehen, ist eigentlich der kalte Teil, wo das Plasma mit der Wand in Berührung kommt in dieser sogenannten Diverto-Struktur, die extra dafür ausgelegt ist, dass die den Plasma-Kontakt aushält. Und Sie sehen auch, das ist Real-Time, also irgendwie 6, 7, 8 Sekunden bei uns in Garching und Sie sehen, dass wir auch die Konfigurationen relativ gut unter Kontrolle haben. Also das Plasma wird aufgebaut, dann in diese Konfiguration gelenkt, wo es nur am Boden mit der Wand in Kontakt kommt und dann wird es wieder runtergefahren, alles ganz sozusagen kontrolliert, natürlich nicht von Leuten, die mit dem Joystick davor sitzen, sondern von Computern, die Real-Time die Magnetfelder messen und die Magnetfeldspulen die Ströme da drin so verändern, dass das Ganze im Gleichgewicht gehalten wird. Gut, das ist mein Diagramm von vorher, das Lawson-Diagramm. Da oben ist Break-Even und Zündung und das zeigt Ihnen, wo wir im Augenblick stehen. Also die heutigen Experimente, hier ist unser Astex-Upgrade, für die Spezialisten, die Skala hier ist und hier, die sind logarithmisch, das heißt, von hier nach hier ist es jeweils ein Faktor 10. Also was hier schon ganz nah aussieht, ist schon noch ein Stück weg, aber die größten Experimente, experimentellen Anlagen, die wir betreiben, kratzen gerade an dieser Break-Even-Bedingung. Also Jet, Joint European Taurus, das ist das größte Experiment weltweit, das in England, das ist so in der Nähe von 1 bei dieser Zahl. Und tatsächlich haben wir die Temperatur erreicht, da sehen Sie sogar sogar zu hoch, also wir wollen ja eigentlich hier hin, das ist schon zu heiß, 400 Millionen Grad, wir kriegen die Teilchendichte hin, wir kriegen nicht diese Wärmeisolation hin im Augenblick. Also die Zeitskala, die sozusagen, wenn man die Heizung ausschaltet, die Wärme im Plasma bleibt, die ist bei uns im Gearching-Experiment 100 Millisekunden und wir hätten gerne 1, 2, 3 Sekunden. Und das ist eigentlich die Kunst und auch das, woran so lange geforscht wurde, wie schaffe ich es, die Wärmeisolation von dem Plasma so gut zu machen, dass ich mit endlicher Heizleistung, paar 10 Megawatt in unserem Experiment, was immer noch viel ist, wie schaffe ich es mit 10 Megawatt zum Beispiel diese hohe Temperatur zu erreichen, sodass dann dabei durch Fusion mehr als die 10 Megawatt frei wird. Und das ist auch die Antwort darauf, also falls jemand von Ihnen vorhatte, die erste Frage zu stellen und zu sagen, man hört immer, dass es die Fusionskonstante gibt, Fusion dauert immer 30 Jahre. Die Antwort ist, stimmt nicht. Die Antwort ist die folgende. Als die Leute zu Beginn der Fusionsforschung von diesen Konfigurationen versucht haben, auszurechnen, wie denn der Wärmeverlust passiert, haben sie die einfachste Theorie gemacht, die man sich vorstellen kann. Die Teilchen girieren, Spiralen im Magnetfeld und zwischendurch stoßen sie mal miteinander und wenn sie sich berühren und stoßen, dann wechseln sie die Bahn und wenn das Teilchen hier heißer war und das kälter, dann habe ich jetzt Wärme von hier nach hier transportiert und wenn ich ein Gradient habe, führt das dazu, dass Wärme den Gradienten runter transportiert wird und nach außen. Und wenn Sie diese Theorie ausarbeiten, dann ist die Wärmeisolation des Plasmas erst mal mit der Temperatur immer besser, was ganz toll wäre, je heißer es wird, desto weniger stößt es und ein Tokomak, also so ein Torus, der zünden und Energie liefern sollte, müsste die große 15 Zentimeter, also die ganze Anlage wäre sowas, was Sie sich im Keller stellen können und dann läuft es vor sich hin und zwischendurch füllen Sie ein bisschen dort ja eben nach und die traurige Realität ist, dass die Zündung nichts bei 15 Zentimetern Radius einsetzen wird, sondern bei 6 bis 7 Metern und das liegt da dran, dass man leidvoll lernen musste, dass der Wärmetransport durch die Stöße zwar existiert, aber völlig irrelevant ist, weil diese hohen Gradienten dazu führen, dass das Plasma nicht laminar fließt, sondern dazu führen, dass es Turbulenzen gibt und diese Turbulenzenwirbel, diese turbulenten Wirbel, die transportieren die Wärme nach außen und das war lange Jahre, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Turbulenz, also Turbulenz in Wasser zum Beispiel, kennt man aus der Wasserströmung oder Turbulenz am Auto, der Wind, der ihr Auto umströmt und dann hinten Wirbel bildet, klingt wie ein ganz einfaches hydrodynamisches Problem, ist bis heute nicht wirklich gelöst, wie man das fundamental beschreibt und vorhersagt, wie groß die Turbulenz sein wird. Und damit kämpfen auch wir hier und damit haben die Leute gekämpft, die am Anfang gesagt haben, das wird so einfach sein und es gibt nur diesen stoßbehafteten Transport. Inzwischen hat man gelernt, wie man das macht, dafür braucht man einen Computer, das geht leider nicht mehr mit Papier und Bleistift und ich zeige Ihnen mal hier eine Simulation von so einem Plasma, die wahrscheinlich sehr viele CPU-Stunden verschlungen hat. Also, was Sie sehen, ich starte es nochmal an kurz. So, also was Sie sehen, das ist eine Simulation von unserem Plasma. Sie sehen die Abweichung vom Mittelwert der Dichte, also das, was fluktuiert und wackelt. Sie sehen schön, was ich vorher gesagt habe, dass das Plasma sich sehr brei längs der Magnetfeldlinien bewegen kann, denn diese Maxima und Minima sind wie folgen alle den Feldlinien, aber senkrecht dazu haben die eine radiale Struktur, eben Wirbel, und wenn Sie jetzt genauer hingucken, dann sehen Sie, dass ein Wirbel vielleicht die Größe hat, ja, so wie ich jetzt das hier versuche mit der, oh, Sie sehen die Maus nicht, das lässt sich ändern, also die Größe ist vielleicht von dem Wirbel so und wenn Sie vorher die Größe von so einem Larmoradius in der Theorie mit den Stößen genommen hätten, dann ist die kleiner, als jetzt dieser Laserpointer hier, also Faktor 100 kleiner und weil Diffusion quadratisch geht mit dem Versatz davon, haben Sie sofort einen Faktor 100 Quadrat, 10.000 im Transport in der Wärmeleitung dabei. Wir haben das inzwischen verstanden, es gibt noch etwas ganz Tolles da dran, das darf ich nochmal, mal, und zwar, man kann sogar noch relativ gut ausrechnen, man kann sogar noch relativ gut ausrechnen, ähm, ich sag jetzt, welche Instabilitäten im Plasma dazu führen, dass es Turbulenz gibt, aber zu welcher Größe die anwachsen, ist sehr schwierig und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass das Plasma anfängt verschert zu rotieren, da gibt es hier so eine Schicht da draußen, die in die eine Richtung rotiert gegenüber dem Rest und diese Rotation, die ist nicht von außen aufgezwungen, sondern die Rotation wird aus der Turbulenz selber geboren, also Turbulenz kann sozusagen verscherte Rotationen erzeugen, wenn Sie mal ein Bild vom Jupiter gesehen haben, da gibt es so Streifen drauf, das ist das gleiche, sogenannte Zonal Flow und die führen dazu, dass am Schluss die Turbulenz begrenzt wird auf eine bestimmte Größe und das heißt, wir haben jetzt verstanden, wie der Wärmetransport funktioniert, die leidvolle Aussage ist, dass wir die Experimente oder dann den Kernfusionskraftwerk, dass wir das Kernfusionskraftwerk groß bauen müssen, hier sehen Sie, da ist der Radius nochmal aufgetragen vom Tor aus, das ist unser Astex Upgrade, das ist Jet, von dem ich schon geredet habe, das ist das ITER-Experiment, das gerade in Kadaraj aufgebaut wird und Sie müssen es immer größer machen, damit die Wärmeisolation so gut ist, dass Sie am Schluss Nettoenergie rausholen können. In der Tat, wenn wir in Astex Upgrade, Deuterium und Tritium, also in unserem Garchinger-Experiment einfühlen würden, würden wir Größenordnung einige Megawatt erzeugen, wir müssten aber das Plasma dafür mit 10 Megawatt heizen, um eins rauszukriegen, also ein Nettoverlustgeschäft, das macht sozusagen bei uns keinen Sinn, wie gesagt, bei Jet ist die Zahl ungefähr 1 und bei ITER wird die Zahl um einen Faktor 10 größer sein, also 10 mal mehr Energie rausgeholt, als reingesteckt wird. Jetzt habe ich schon gesagt, Jet hat tolle Erfolge erreicht, da kann man mit Deuterium und Tritium experimentieren und 2021 hat Jet den neuen Weltrekord für Fusionsenergie aufgestellt, da unten läuft die Zeit, das sind 6 Sekunden, vorherige Experimenten hatten entweder mal so einen kurzen Blip hier gemacht oder waren bei diesem Wert da unten und jetzt hat man mehr oder weniger stationär hier also die Leistung über diese 5 Sekunden erzeugt, da gibt es eine technische Grenze, das hat Kupferspulen und kann nicht länger laufen und über die Zeit hat man Deuterium Tritium Energie erzeugt dabei und das Ganze mit 100 Mikrogramm Tritium und 70 Mikrogramm Deuterium und wie ich gesagt hatte, dafür müssen sie Kilogramm Erdkass oder Braunkohle verbrennen, eben weil es eine Kernreaktion ist. Das hat in der Presse für einigen Wirbel gesorgt, erfreulicherweise, für uns, also positiven Wirbel und man fragt sich, wenn das der Tokamak ist, wo steht unser Stellarator mit der Wendelstein 7X Anlage, die im Greifswald jetzt betrieben wird, holen die Stellaratoren auf, sozusagen relativ zum Tokamak. Die Maschine läuft seit 2016, hier sehen Sie nochmal das Bildchen, was ich Ihnen gezeigt hatte und auf der rechten Seite sehen Sie jetzt mal so ein Modul davon, wo schon Spulen montiert sind und da unten steht gerade jemand, der dran arbeitet. da kriegen Sie, aber es ist immer noch so, dass man die Maus nicht schiebt. Da unten ist jemand, der da dran arbeitet und da kriegen Sie eine Idee von der Größenordnung des Experiments. Also das ist ein, so ein Sektor hier, der da gerade aufgebaut wird. Die Maschine funktioniert bestens, man kann das Magnetfeld vermessen und die Magnetfeldlinien vermessen dabei, die sind exakt so, wie sie vorausberechnet worden sind, haben diese schöne Struktur und nicht irgendwie verwaschen oder gehen in alle Richtungen und das Tolle am Stellarator ist, dass man den stationär betreiben kann, weil man nicht so einen Strom durchs Plasma treiben muss und das hat er schon ganz prima gezeigt. Jetzt sehen Sie nochmal so eine Entladung da rechts, da sehen Sie diese dreidimensionale Struktur und hier läuft die Zeit und die Zeit läuft jetzt aber nicht 1, 2, 3 Sekunden, sondern hier sind wir bei 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20, 25, 30. Das ist 30 Sekunden lang mehr oder weniger stationär und das Plasma wird einfach bei diesen, in dem Fall sind es wahrscheinlich so ungefähr 15 Millionen Grad gehalten und am Schluss wird die Entladung abgeschaltet, weil es eigentlich langweilig wird sozusagen. Es gibt nichts mehr zu entdecken für die Plasmaphysiker da drin. Und in der Tat waren diese 30 Sekunden dadurch limitiert, dass die Wand passiv gekühlt wurde, also nicht sozusagen das Kühlwasser direkt die Wärme weggeschafft hat. Wir haben die Maschine umgebaut und im Frühjahr 2023 haben wir das Ganze wiederholt, acht Minuten lang. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich Ihnen das Video zeigen würde, aber die Spuren sehen praktisch genauso aus und dann geht es halt acht Minuten und am Schluss schaltet man es aus. Also die Anlage hat schon sehr gute Erfolge erzielt, ist auch in der Tat so, dass der Stellarator jetzt wieder im Rennen ist um den Kernfusionsreaktor und hat jetzt auch hier ist W7X einen Platz zwischen all den Tokamaks auf dieser Leiter hin zum Fusionskraftwerk. Also da sieht man, dass wir dann ein großes Stück näher gekommen sind bei den Stellaratoren. So, jetzt kann ich noch fragen, wie sieht es denn aus bei der Inertialfusion? Bei der Inertialfusion, habe ich schon gesagt, spielt die Musik in Amerika. Die Inertialfusion hat dann, das ist die Laser, die Inertialträgheitsfusion, hat einen stark militärischen Hintergrund gehabt in der Forschung die ganze Zeit, wurde deshalb Japan, England, Frankreich, Amerika betrieben, praktisch in keinen anderen Ländern. Amerika hat die größte Anlage davon, das ist ein Riesending, also das sind hier zwei Fußballfelder, wenn der Herr Roth das zeigt, hat er immer Darmstadt 98 da drauf und noch bei Eintracht Frankfurt, denke ich, da kommt er aus Darmstadt. Also das sind zwei Fußballfelder, die sind vollgepackt mit Laserverstärkern und die gesamte Laserenergie wird in diese Targetkammer, die man hier sieht, reingeschossen und geht dann in das Pellet, was ich Ihnen gezeigt habe, einen Millimeter und da sehen Sie hier diesen Hohlraum, wo das Pellet innen drin schwebt, wie es gerade jemand anschaut, Größenvergleich zu dem Auge da dran. Also es wird die ganze Energie da drin reingebracht und lange Jahre hat man damit gekämpft, dass man dieses Kügelchen sehr symmetrisch bestrahlen muss, denn wenn Sie einen Faktor 10, einen Faktor 1000 im Volumen, Faktor 10 im Radius komprimieren wollen und Sie komprimieren das ein bisschen asymmetrisch, also wenn ich jetzt mit der Hand zum Beispiel einen Luftballon zusammendrücken will, dann wissen Sie, was passiert, dann gibt es so Beulen und das Ganze fängt an, instabil zu werden und weicht dem Druck aus. Das war immer das Problem, hier gibt es so Rekonstruktionen, wie das Pellet aussieht, das ist alles andere als kugelrund, während es komprimiert wird. Inzwischen hat man herausgefunden, wie man die Pellets am besten baut. Übrigens werden die in Deutschland hergestellt, in Freiburg, im Fraunhofer-Institut, also zumindest der Rohling dafür und hat, da ist jetzt die Energie, die an Fusionsenergie rauskommt, über die Jahre aufgetragen, in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Also Sie sehen, hier sieht man auf der Skala praktisch kaum diese Energie in dem Balkendiagramm. Dann gab es hier schon mal Experimente, die einen relativ guten Erfolg gehabt haben und dann wurde eben Ende letzten Jahres diese, das ist die Laserenergie, die Laserenergie übertroffen. Das heißt, hier ist der Leistungsverstärkungsfaktor schon Q gleich 1,5. Das hat es so weit gebracht, es wurde in den Tagesschau, 20 auf 15 wurde das gemeldet, etc. Das war ein ganz großer Hype da drum. Einerseits zu Recht, weil das ein toller wissenschaftlicher Erfolg ist. Andererseits ist es so, auch das ist sozusagen ein Proof of Principle. Da hat man gezeigt, dass es geht, es ist noch kein fertiger Reaktor. Und das wurde von manchen Leuten ein bisschen überbewertet, die dann gesagt haben, wir sind eigentlich fertig. So ist es nicht, aber wir haben tolle Erfolge erzielt. Beiden da, hier mit der Magnetfusion, das zeige ich Ihnen nochmal, und hier bei der Trägheitsfusion. Gut, und in den letzten paar Minuten möchte ich Ihnen was über die Zukunft erzählen. Wo geht es hin? Bei den Tokomaks, hier ist unser Astex Upgrades. Da ist der Jet. Und wir gehen zum ITER, also das große Experiment, da hat Frau Fanz, denke ich, letztes Jahr drüber gesprochen, dass in Südfrankien, in Kanarach gerade aufgebaut wird. Wir hätten hier Q gleich 0,1, habe ich vorhin gesagt, wir würden einen Megawatt rausholen für 10 Megawatt rein, das ist nicht gut. Jet hat Q ungefähr 1, und ITER wird Q10 haben, das heißt, da wird 10 mal so viel Energie rauskommen, wie im Plasma deponiert wird an Heizleistern. ITER ist ein Riesenprojekt. ITER ist immer mal wieder in der Presse, weil es länger dauert und mehr kostet, was ja bei anderen Projekten, die uns so geläufig sind, auch passiert. Aber es gibt neben der technischen Komplexität noch ein anderes Problem. ITER ist ein Friedensprojekt, wurde zwischen den Partnern China, Europa, Indien, Japan, Korea, Russland und USA beschlossen. Jede der Nationen hat Mitspracherecht, jede der Nationen bringt Heiler. Also es ist nicht so, dass die ihr Geld abliefern und in Südfrankreich wird entschieden, was gemacht wird, sondern in Südfrankreich wird sozusagen beschlossen, ich brauche Spulen, Magnetfeldspulen, und dann wurde das verteilt. Und Sie sehen zum Beispiel hier, diese Magnetfeldspulen, die werden in sechs von den sieben Partnerländern gebaut. Das hat den tollen Effekt und das war auch der Grund, dass es so gemacht wurde, Friedensprojekt, dass alle Länder das Know-how haben, hinterher um Fusionsreaktor zu bauen. Das hat den schrecklichen Effekt, dass das zentrale Team in Cadarache in Frankreich sitzt und sozusagen nur Aufträge vergibt und die kommen aus aller Welt her und das passt nicht unbedingt zusammen. Wenn Sie ein Auto bauen wollen, würden Sie wahrscheinlich die vier Räder bei einem Zulieferer bestellen und nicht bei einem in Japan und das andere bei jemand in Korea und noch eins in Russland. Und das und die Komplexität führt dazu, dass ITER lang gebraucht hat und auch noch eine Weile brauchen wird, bevor es läuft. Aber es gibt große Erfolge auch hier. Das ist die ITER-Baustelle. Ich bin da öfters mal und jahrelang war es sehr frustrierend, weil man immer nur Planierrauben und diese große Fläche gesehen hat. Inzwischen sind Teile, viele Teile fertiggestellt und sind da. Also hier ist es jetzt 2018, wo man wirklich sieht, das ist eine Baustelle, die brummt. Da unten sind wir übrigens als größten Vergleich, das ist eine Straße, da steht ein großer Kran, da stehen LKWs. Also das ist schon eine große Anlage und inzwischen sind im Wesentlichen die Teile gefertigt und angeliefert. Was übrigens eine Riesenaktion ist, also hier, das muss ja nach Südfrankreich gebracht werden. Die Schwulen sind so groß, dass auf dem Seeweg gebracht werden nach Marseille. Also nahe Marseille gibt es einen extra Hafen, wo sowas angeliefert werden kann und dann fährt es in einem Transport über drei Tage für 60 Kilometer und wird nachts die Autobahn gesperrt von 20 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen und dann fährt der Transport ganz langsam und dann fährt er raus auf den Parkplatz und in der nächsten Nacht geht es weiter. Und hier sehen Sie zum Beispiel einen Teil des Vakuumgefäßes. Hier sehen Sie eine Magnetfeldspule, einen Teil von so einer Magnetfeldspule. Da stehen drei Leute unten, die das sich freuen über ihr Werk, das angeliefert ist dabei. Hier ist der erste Sektor montiert und wird herabgelassen in diesen Bereich. Sieht man hier den runden Bereich, wo der Togermarkt zusammengebaut wird. Und beim Zusammenbau hat man gemerkt, dass nicht alle Teile so zusammenpassen, wie sie sollten. Und deshalb hat man diesen Sektor wieder rausgeholt und Ida ist gerade dabei zu sehen, wie sie die Sachen so reparieren, dass sie sie auch zusammensetzen. Das sind diese Riesenbauteile und diese hier zum Beispiel und die stimmen im Millimeterbereich nicht und die kann man nicht so schweißen, wie es vorgesehen war dabei und deshalb muss man einen neuen Plan dafür machen. Und deshalb ist auch Ida der Zeitplan im Augenblick in der Schwebe. Der Ida-Direktor, da gibt es einen neuen Direktor, der gesagt hat, er braucht bis 2024, um zu sagen, wie lange es dauert. Das Experiment sollte 2025 in Betrieb gehen. Es ist mir sicher, dass es das nicht tut. Aber es gibt schon Reparaturmethoden dafür, sozusagen Pläne, wie man das macht. Und damit kommen wir zur Zeitskala. Und da zeige ich Ihnen, also es ist so, von den Ida-Partnern, die ich hier gezeigt habe, hat jeder Partner seine eigene Roadmap, was nach Ida passiert. Und die europäische Roadmap sieht so aus. Da sehen Sie Ida, da sehen Sie die Experimente, über die ich vorher geredet habe. Da ist auch der Generator zu erkennen und da oben ist unser Astex-Upgrade. Und da ist Ida und da unten ist Technologie. Denn je näher man an ein Fusionskraftwerk kommt, umso mehr muss man die Technologie beherrschen, dass die Maschine auch vor sich hin schnurrt, sozusagen, und nicht von Physikern aufgebaut und mit Klebewand befestigt ist. Wenn man das zusammen nimmt, soll es ein Demonstrationskraftwerk geben, das hier als Togamma gezeichnet ist, aber eben wegen des W7X in Greifswald inzwischen auch ernsthaft darüber nachgedacht wird, ob man das als Stellarator bauen kann. Und Sie sehen, dass geschickterweise die Verfasser dieser Roadmap, zu denen ich auch gehöre, keine Jahreszahlen herangeschrieben haben. Und der Grund ist, also ein Grund ist, das Ganze ist eventgetrieben. Also das heißt, es gibt überall Annahmen. Das ist zum Beispiel, das Ida zeigt Q gleich 10, das geht in den Entscheidungspunkt, in die Demo rein. Gut, das war mal vorgesehen für 2033. Im Augenblick weiß man nicht, wo das ist. Also muss man die Pfeile so anordnen und sagen, aber Sie können sich vorstellen, ungefähr 20 Jahre, die hier vergehen von jetzt, wo wir ungefähr hier sind, darüber, wo man den Demonstrationsreaktor am Laufen hat. Und es gibt eine weitere Unsicherheit, die sehr erfreulich ist, nämlich getrieben durch eine verrückte Kombination, meiner Meinung nach, von Bewusstsein, dass wir für das Klima, gegen den Klimawandel, was tun müssen. Finanzkrisen, die dazu führen, dass es keine, keine Zinsen gegeben hat, für ziemlich lange Zeit in den letzten Jahren. Und dadurch angestachelt eigentlich private Unternehmer, die sagen, lasst uns in Projekte investieren, Risikoprojekte, von denen wir glauben, dass wir, wenn wir 10 finanzieren und eins kommt davon durch, dass wir immer noch einen Erfolg davon haben. Und die haben angefangen, in Amerika, jetzt überall auf der Welt angefangen, auch Geld in Fusionen reinzustecken, was eine ganz erfreuliche Geschichte ist. Das ist hier von der, von den, es gibt einen amerikanischen Verbund, von den privaten Industrien, die haben in den letzten fünf Jahren sechs Milliarden Dollar eingeworben. und davon sind öffentlich finanziert 0,3 und privat finanziert 5,9 Milliarden. Das ist ganz erstaunliche Entwicklung. Sie sehen auch hier, das sind alle Startups, also Industrie. Das ist jetzt nicht die öffentlich bezahlte Forschung, an der ich mitwirke, sondern das sind Industrieunternehmen, zum Teil auch Startups, also wirklich sozusagen kleinere Betriebe, wo Leute sagen, wir machen jetzt. Und die wären relativ stark finanziert hierbei. Mit diesem Risikokapital, mit dem klaren Bewusstsein, geht schnell, versucht was, und wenn es funktioniert, ist es super, und wir nehmen das Risiko in Kauf, dass einige der Dinge nicht funktionieren. Das ist eine riesige Chance, weil private Unternehmen können mit hoher Risikobereitschaft, und Risiko meine ich jetzt wirklich nicht von der Art, dass es in die Luft fliegt, sondern, dass man Dinge ausprobiert, parallel, drei, vier, fünf parallel, und vier davon gehen nicht, aber das fünfte funktioniert. Das können Sie mit Steuergeldern, wollen Sie nicht, dass man das mit Ihren Steuergeldern macht, und das macht man auch nicht. Wir machen immer Pläne, die zu 99,9 Prozent Erfolg haben werden, und dann werden sie finanziert. Es ist auch ein großes Risiko, weil diese Unternehmen zum Teil, um das Geld einzubeorten, wahnwitzige Versprechungen machen. Also es gibt welche, die sagen, wir können alles besser, und was bis jetzt geforscht wurde, ist Blödsinn. Es gibt ein Unternehmen, was von Microsoft finanziert wird, was gesagt hat, 2028 wird es exklusiv Microsoft mit Fusionsstrom beliefern. Da glaube ich jetzt nicht dran, aber Bill Gates hat da eine erhebliche Summe von Geld reingesteckt. Und was vielleicht für uns noch ganz interessant ist, dieser Aufwind für die Entwicklung von Fusionskraftwerken hat auch Deutschland erreicht. Es gibt hier, auf der Karte gibt es noch drei, inzwischen gibt es vier Startups in Deutschland, zwei in Magnetfusion, Gauss Fusion und Proxima Fusion, die habe ich hier hingeschrieben, und zwei in der Inertialfusion. Der Herr Roth, mit dem Sie vorhin erwähnt hatten, in Darmstadt hat auch eins. Und die, erfreulicherweise, arbeiten sehr eng mit der Forschung zusammen. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, die Frau Stark-Watzinger, haben jetzt extra Mittel ausgelobt, damit wir mit der Industrie zusammen Projekte machen können, die wir sonst allein nicht machen könnten. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Gut, damit bin ich am Ende ungefähr eine Stunde geredet. Und wenn Sie noch Fragen haben, sehr gerne. Sie haben das Wort. Ja. Haben denn die Startups grundsätzlich neue Ideen? Wieso glauben die, dass sie etwas besser machen können als Sie? Also es gibt neue Ideen, die wissenschaftlich nicht immer so besonders tragbar sind. Ein Job meiner Meinung nach der öffentlichen Forschung und von Leuten, die sich lange damit beschäftigen, ist die zu untersuchen und zu sagen, wir denken, das geht oder das geht nicht. Das machen wir. Es gibt manchmal ziemlich einen Stress, inklusive Androhung von Klage, weil das geschäftsschädigend ist. Aber da muss man durch. Es gibt Leute, im Wesentlichen glaube ich, was die Startups besser können als wir, ist, dass die sagen, wir sind schneller, wir dürfen uns leisten, Dinge parallel zu machen, wir dürfen uns leisten, den besten Anbieter zu nehmen und nicht den billigsten. Und dadurch können die unheimliches Tempo aufbauen. Also ich habe gerade vor drei Wochen eins besucht, eine Ausgründung vom MIT in der Nähe von Postel, die zweieinhalb Milliarden Euro eingeworben haben. Die haben eine Magnetfabrik aufgebaut innerhalb von einem Jahr, wo jetzt schon eine Fertigungsstraße läuft. Da schlackere ich mir den Ohren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir das öffentlich finanziert machen würden, würden wir gerade noch den Designwettbewerb für die schönste Fassade des Gebäudes abschließen. Also das ist schon ein großer Vorteil. Sie haben erklärt, wie wichtig der Wärmeverlust bei Ihren Experimenten ist. Das Modell, das Sie beschrieben haben, habe ich so verstanden, dass da die konvektive Anteil beim Wärmeverlust entscheidend ist. Welche Rolle spielt bei dem Wärmeverlust der Strahlungsanteil? Der muss relativ gering gehalten werden. Also Strahlung ist ja elektromagnetische Strahlung. Aus unseren Plasmen die Tatsache, dass Sie durch die Bilder von den Plasmen durchgucken konnten während der Entladung und die Wand sehen, heißt das, dass das Plasma optisch dünn ist, sozusagen. Der Fachbegriff optisch dünn heißt, es emittiert nicht wie ein schwarzer Körper, also es strahlt bis große Energiemengen ab, sondern es ist durchlässig für Photonen. Insofern ist, wenn keine Verunreinigungen drin sind, nur Wasserstoff, der voll ionisiert ist, der Strahlungsverlust relativ gering, vielleicht 20 Prozent der Energiemengen. sobald Wandmaterial reinkommt, das nur teilweise ionisiert ist, wenn es hohe Ladungszahl hat bei diesen Temperaturen, fängt es an, sehr stark zu strahlen, deshalb müssen wir das ganz stark unterdrücken. Das gelingt uns aber. Aber sozusagen, Strahlungsverluste sind unerwünscht, weil die einfach, wenn die aus dem Zentrum abstrahlen, am Rand ist es gut, weg damit, also in alle Richtungen sozusagen, aber aus dem Zentrum ist eine Katastrophe. Ja, Ihre Darstellung war ja von einem gewissen Optimismus geprägt. Ist das jetzt, sage ich mal, berufsbedingt bei Ihnen, weil Sie in dem Metier sind? Oder gibt es auch, sagen wir mal, die Chance, dass da letztlich nichts technisch realisierbares draus wird? Also es gibt die Chance, ich würde es, also zunächst mal, ich könnte durchaus auch was anderes forschen. Also sozusagen, ich könnte mich gut auf einem anderen Gebiet niederlassen sozusagen und die Astrophysik liegt uns sehr nah mit den Plasmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich es verteidigen muss, weil ich es mache. Aber ich sehe zunächst mal einen großen Sinn da drin, weil ich tatsächlich sehe, dass wir eine Energiewelle brauchen, zusätzlich zu den Regenerativen und dass auch 2050 noch nicht Schluss ist, was immer programmiert wird, sozusagen Energiewende bis 2050. Der Energiebedarf wird weiter steigen. Wir kriegen keine 100 Prozent hin und dann gibt es entweder Spaltung oder im Augenblick nichts und dann gibt es dafür Fusion. Die Erfolgschancen, ich bin mir sehr sicher, dass wenn der ITER mal eingeschaltet wird und funktioniert, dass wir die Energieverstärkung hinkriegen und dass wir sehen, dass da deutlich mehr Energie rauskommt. Sie haben schon die 1,5 und diesen Break-Even gesehen. Was tatsächlich was ist, was eventuell dazu führt, dass es nicht verlässlich funktioniert, ist diese hochkomplexe Technologie so unter einen Hut zu bringen, dass es wirklich 24 Stunden am Tag und dann 365 Tage im Jahr vor sich hinläuft. Das ist ein weiterer Schritt von dem, was wir experimentell machen und da muss eben Industrie, Ingenieurs, Kunst mit ran, um das zum Laufen zu kriegen. Das ist meiner Meinung nach das, woran es scheitern kann. An den Prinzipien glaube ich nicht. Da sind wir so weit dabei. Das hoffe ich schwer und wenn ich mal dran zweifle, denke ich immer dran, wenn man Charles Lindbergh den A380 vorführen würde, was der dann sagen würde. Ich denke, sowas braucht man, aber sowas ist auch kein populäres Beispiel mehr, den A350 oder die Streamliner oder was kleineres. Ich hätte dann noch mal eine Frage zu dem Wärmeverlust, den Sie auch vorhin angesprochen haben. Nun habe ich gehört, dass ein großer Anteil des Wärmeverlustes durch große Turbulenzballen verursacht werden. Könnte man mit elektromagnetischen Wellen, die also so eine Frequenz haben, dass das nicht in das Plasma hineingeht, sondern nur an der Oberfläche reflektiert wird, wäre die Energie groß genug, um diese Turbulenzballen zu zerkleinern, und dass man dadurch vielleicht auch dann den Energieverlust das zerkleinern könnte. Haben wir schon versucht, zum Beispiel das Magnetfeld pulsieren zu lassen und damit dagegen zu wirken. Das ist nicht sehr effizient. Effizienter ist, wenn man dafür sorgt, dass sich diese Scherröhmungen ausbilden, so wie ich sie gezeigt habe. Wenn die sich sehr stark verschert ausbilden, wird die Turbulenz auf diesen, sozusagen diese kleinen Skalen zusammengedrückt und dann gibt es, was wir Transportbarriere nennen, dann gibt es tatsächlich Riesengradienten. Ich habe Ihnen nämlich so ein Bild gezeigt, weil ich mit den 150 Millionen Grad angeben wollte. An der Stelle im Plasma haben wir genau sowas gemacht. Also wenn Sie jetzt mikroskopisch hingucken würden, würde es da ganz stark verschert rotieren. Das kriegt man tatsächlich hin, indem man Drehimpuls zuführt, also in dem Fall, indem man Neutralteilchen reinschießt, die dann ionisiert werden und die für so eine verscherte Rotation sorgen. Also es ist ein spannendes Thema, das zu stabilisieren, aber das mit weniger Energie zu machen, als man dann rausholen will, ist schwierig. Okay. Eine Frage noch zum Anfahrprozess. Am Anfang sind ja die, ist der Brennstoff ja noch neutral, weil er ja noch nicht heiß ist. Aber dann kann man den ja auch nicht in den Magnetfeldern lenken, sondern die wollen dann ja ausbrechen. Wie schafft man das? Also es wird, es reicht, weil sozusagen die Dichte somit niedrig ist. Wir legen ein elektrisches Feld an mit unserem Transformator. Dann gibt es erstmal nur das E-Feld und neutrales Gas. Es reicht ein Elektron, sozusagen was losläuft in dem Feld und der nächste Atom stößt und dabei ionisiert und dann gibt es eine Lawine von Elektronen und dann wird das Plasma durchionisiert damit. Und in der Tat, man kann das machen, indem man Energie zuführt, das sozusagen für das erste Elektron sorgen. Man kann aber auch einfach, wenn es aus der Höhenstrahlung sozusagen, die da durchrauschen oder so reichen völlig aus. Es gibt immer was sozusagen, was dazu führt, dass es losgeht dabei. Und die Felder sind nicht sehr rot, sind 10 Volt oder so was, Umfangsspannung und dann kriegt man so eine Plasmaentladung hin. Die Mechanismen, die zu den Turbulenzen führen, sind die im Tokamak und Stellarator identisch? Beziehungsweise gibt es da Unterschiede, wie stark die sich ausprägen? Die sind grundsätzlich ähnlich, weil die getrieben werden durch die Temperatur- und Dichtegradienten. Also die, wenn Sie analytische Theorie machen, sozusagen für diese Mikroinstabilitäten, kriegen Sie den gleichen Charakter raus davon. Aber wer die Magnetfeldgeometrie so unterschiedlich ist, bilden Sie sich am Schluss unterschiedlich aus. In der Tat hat man beim Stellarator mehr Freiheit, das Ganze zu optimieren. Das ist eigentlich das spannendste Thema, was wir zurzeit machen. Unsere Theoretiker sind so weit, dass die ausrechnen und sagen, wenn ihr das Magnetfeld so und so verdrillt, dann sollte die Turbulenz absinken. Und wir können Experimente machen und das nachprüfen dabei und die Richtung vorgeben, wie man so ein Ding optimiert. Die Größe von dem Plasmagefäß hängt ja auch mit der Magnetfeldstärke stark zusammen. Und da hat sich ja technisch auch einiges getan bei den Magnetfeldspulen. Das ist ja wahrscheinlich bei ITER und auch beim Wendelstein noch nicht installiert. Dann fände ich da nochmal einen Ausblick. Also das Feld in Astex Aquare im Wendelstein ist zweieinhalb Tesla. Das ist schon ein anständiges Feld, aber noch nicht kritisch. Bei Supraleiten, Magneten ist das maximale Feld, wenn man in herkömmliche Supraleiter nimmt, von der Größenordnung 15 Tesla. Allerdings an der Stelle, wo das Feld am höchsten ist, also innen im Torus drin, im Zentrum ist ungefähr Faktor 2 niedriger. ITER hat 5, 6 Tesla oder sowas. Inzwischen gibt es Supraleiter, die Hochtemperatur-Supraleiter, die nicht nur so stark, nicht so stark runtergekühlt werden müssen, sondern vor allem viel höhere Ströme abkönnen. Und die, viele Leute meinen, dass das die Zukunft ist. Macht auch diese Firma, bei der ich da war in der Nähe von Boston, Commonwealth Fusion Systems. Das Problem wird dann ein neues. So eine Spule, da ist ein immenser Strom drin, der dazu führt, dass das Magnetfeld erzeugt wird. Und dieser Strom versucht, die Spule zu expandieren und im schlimmsten Fall auseinanderzureißen. Und dann muss man sehr massive Stützstrukturen anbringen, damit man das Ganze noch unter Kontrolle hat. Also tatsächlich, das Design von denen ändert sich jetzt radikal, von was, wo man durch den kritischen Strom im Supraleiter begrenzt ist, auf was, wo man durch die Kräfte begrenzt ist, weil man Strom beliebig durchschicken kann. Total spannendes Feld im Augenblick. Wo die Grenze ist, wo man landet, dabei ist noch nicht so klar. Ich darf Sie was ganz Praktisches fragen. Wie funktioniert denn so ein Fusionskraftwerk? Aus welchen Materialien wird es gebaut? Und wie ist dann sozusagen, wenn ich dann, ich weiß nicht, erst in die hohen Temperaturen habe, wie verwerte ich die dann für unsere Energiegewinnung? Also die Materialien sind zwar high-tech, aber trotzdem relativ herkömmlich und vorhandenes Vaguumgefäß, zum Beispiel aus Stahl. Stahl ist immer noch gut sozusagen als Struktur. Die erste Wand ist mit Wolfram beschichtet. Also Wolfram ist das Metall, überhaupt das Element mit dem höchsten Schmelzpunkt. Deshalb kann das relativ viel Wärme vertragen und auch durch das Bombardement von den Teilchen, die rauskommen, wird es nicht aufgelöst oder erodiert. Da braucht man nur eine ganz kleine Schicht. Also wir haben Millimeter, weniger als ein Millimeter, 100 µ, glaube ich, 100 µ drauf. Und das reicht schon sozusagen, dass wir das Experiment damit betreiben können, weil der Abtrag ganz gering ist. Also Materialien sind, muss man aufpassen, vor allem für den Fusionsreaktor, dass man diese Materialien, die von den Neutronen getroffen werden, so auswählt, dass die nicht besonders stark radioaktiv aktiviert werden. Solche Materialien gibt es. Um die Energie rauszuholen, ist in der Tat so, die Neutronen, die bei dem Prozess frei werden, die nehmen vier Fünftel der Energie mit, die werden in der Wand abgebremst und die Wand wird von Kühlwasser oder Heliumkühlmittel durchflossen und die Kühlmittel wird heiß gemacht. Und das ist sozusagen immer so ein Ding, dass wir sagen, ihr macht am Schluss auch nur wasserwarm. Das ist so. Allerdings ist die Temperatur, die wir erreichen können, fast beliebig. Also sozusagen, man unterscheidet auch Prozesswärme danach, wie heiß man das Ganze machen kann. Also wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede, die am Schluss dann Katalyse machen, weil sie zum Beispiel Power to X machen wollen, Wasserstoff erzeugen oder Biofuels oder sowas, die wollen sehr hohe Temperaturen haben. Und die sagen, da ist der Fusionsreaktor genial geeignet, während man bei einer Verbrennung zum Beispiel diese Temperaturen nicht hinbekommt. Ich hätte eine Frage zur technischen Umsetzung. Wenn man später mal in die Lage kommt, eine dieser Architekturen wirklich in größerem Maßstab umzusetzen, kann man schon irgendwie absehen, ob da eine der beiden Varianten Vorteile hätte, günstiger zu bauen wäre. Also wenn ich den Stellarator sehe, finde ich, das sieht aus wie ein tolles Kunstwerk. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man sowas replizieren könnte. Also in der Tat ist bisher der Togamag leichter zu bauen gewesen, weil die Strukturen 2D in der Form sind. Also planare Spulen, das ist deutlich einfacher als so eine kunstvolle Spule. Die Fertigungstechnik hat sich stark verändert. Also die Startups, ich berate eins von den Startup-Unternehmen, die haben zum Beispiel, die haben gesagt, wir machen jetzt 3D-Druck und wir drucken diese, die kommen hinten aus dem Drucker ausgelaufen dabei. Und es funktioniert immer nicht so einfach, aber für einige Teile kann man das tatsächlich schon sehr gut benutzen. Und das andere ist, und das ist eben genau, wo wir Ingenieure jetzt brauchen dafür, diese Spulen, die so einen Knick drin haben, die müssen nicht unbedingt so sein. Die kann man ersetzen durch eine Spule, die so gerade ist und dann eine Spule, die so rumgewunden ist. Und da geht eigentlich die Technologie hin. Dem Stelleradar muss man abgewöhnen, dass diese Spulen so wahnsinnig komplex aussehen. Und wenn sie das einem Physiker geben, also uns, in Greifswald, den Theoretikern, die optimieren das Spulensystem auf Teufel komm raus, dass das Plasma die allerbesten Eigenschaften hat. Und die Frage, die die Industrie jetzt stellt, ist, wenn wir die Spulen baubarer machen und dadurch wird das Plasma ein bisschen schlechter, ist das jetzt schlecht oder ist das nur ein bisschen schlechter? Und das ist die spannende Frage. Also sprich, man muss jetzt die Ingenieure mitnehmen und man muss das Spulendesign zusammen mit dem Plasma optimieren. Bis jetzt haben wir das Plasma optimiert und dann die Spulen dazu gebaut. Sie haben noch nicht über die Leistungen gesprochen, die dabei rauskommen. Was sind denn hier die, was erwarten Sie denn, was man aus einer einzelnen Anlage an Leistung rausziehen kann? Die Leistung, die augenblickliche Abschätzung, konservative Abschätzung von der Leistung ist von der Größenordnung ein Gigawatt, also wie ein großer Block Kernkraftwerk oder Heizkraftwerk. Und es liegt daran, dass die zusätzliche, sozusagen, es gibt ein Offset, also es gibt eine elektrische Energie oder einen Energiebedarf, den die Anlage braucht und immer braucht, auch sogar im Stillstand. Und der ist relativ hoch und das heißt, es lohnt sich nicht, da nur wenig mehr Energie zu erzeugen, deshalb wird es eine große Anlage sein. Die Leute, die das optimieren, zum Beispiel kompakter mit diesen kleinen, mit den stärkeren Magnetfeldern kann man das Ganze kleiner bauen. Die sagen, sie kommen runter auf was wie 500 Megawatt, 300 Megawatt, so die Größenordnung. Aber ein Ding sozusagen, was jetzt so, es ist voll komplementär zu einem Solarpanel und was, was lokal sozusagen eine Energiequelle gibt. Es wird eine zentrale Anlage sein, die man nimmt, um davon einen großen Verbraucher zu speisen. Ja, alles, das scheint so gesättigt zu sein von den vielen Informationen. Wir sollten nur nie vergessen, es ist eigentlich, also die Fragen nach Erfolg und so weiter, es ist Grundlagenforschung. Und diese in vielen Felsern, in denen wir auch hier im Rahmen des Festivals ein bisschen hineinleuchten. Man hätte bei mRNA, hätte man auch sozusagen das als eine Spielart des Denkens, Fragenstellens und Ermittlens genommen, dass es plötzlich in der Corona-Situation uns Kopf und Kragen gerettet hat. Und das ist, glaube ich, eben die Möglichkeit oder die erfreuliche, der erfreuliche Aspekt des Optimismus hinter der Grundlagenforschung. Insofern, ich finde das wichtig, dass wir das öffentlich begleiten. Es ist schließlich das Geld, was wir da hineinstecken, aber dass wir auch sehen, wie zum Beispiel dieses Start-up in Darmstadt, können Sie gerne mal nachlesen, im Internet sehr breit gestreut, auch die Erfolge, dass Sie 50 Prozent letztendlich letzten Dezember schon ermittelt haben, Erfolg gehabt haben in der Energiegewinnung, dass wir uns da vertraut machen. Das sind Fragen, die in der Zukunft, glaube ich, eine große Rolle spielen. Und jetzt danke ich Ihnen fürs Kommen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Ihnen für diesen tollen Vortrag. Gerne, danke. Applaus